Waschbär im kanadischen Toronto vollführt diesen Drahtseilakt. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Dabei helfen ihm sein ausgeprägter Tastsinn und seine fünf freistehenden Finger. So von der Natur ausgerüstet, macht er sich ganz entspannt auf den Weg über die Dächer. Eine super Idee, denn endlich sind keine lästigen Zäune mehr im Weg. Das Gedächtnis von Waschbären ist übrigens besonders gut. Diesen Weg wird der Kleine also sicher nicht zum letzten Mal gehen.